Hallo Freunde der Kakteen! Seit 2008 ernen die Deutsche Kakteen-Gesellschaft, die österreichischen Kakteen-Freunde und die Schweizer Kakteen-Gesellschaft den Kaktus des Jahres. Und ich habe bisher noch kein Video dazu gemacht, auch wenn ich sehr viele Kakteen-Videos bereits gemacht habe. Ich möchte es aber jetzt nachholen und werde dieses Thema auch im Frühjahr behandeln, wenn ich über die Pflanzen des Jahres rede. Seid gespannt, es geht hier also um den Kaktus des Jahres 2023. Let's go! Intro! In der Vergangenheit hat es bereits tolle Kakteen des Jahres gegeben. So war es 2008 der Schwiegermuttersessel, 2009 die Königin der Nacht oder 2019 der Feigenkaktus. Dieses Jahr ist es auch für mich persönlich ein ganz besonderer Kaktus. Es ist der Erdbeer-Kaktus. Botanisch Gymno Calizium Friedrichi Hypotan. Was ich persönlich aus meiner Kindheit kenne, es ist ein pflegeleichter Kaktus. Ich habe dieses Ding als Kind geliebt. Ich habe das immer mal wieder von meinen Eltern geschenkt bekommen, weil es halt auch witzig ausschaut und es ist irgendwie was Besonderes. Und ich habe das als Kind mehrmals gehabt. Ich muss aber dazu sagen, dass ich heute auch ein bisschen zwiegespalten darüber sprechen muss. Ich muss dazu sagen, dass der Erdbeer-Kaktus in der Regel als veredelter Kaktus verkauft wird. Unten so eine Art Wolfsmilch oder auch ein Blattkaktus und obendrauf veredelt der Erdbeer-Kaktus. Er ist ganz pflegeleicht. Er will einen sonnigen, warmen Standort haben, spärlich gegossen werden und einmal im Monat leicht, ganz leicht gedüngt werden. Was mich ein bisschen stutzig macht und weshalb ich die Entscheidung so ein bisschen kritisieren muss, ist, aufgrund der Veredelung ist der Erdbeer-Kaktus nicht besonders langlebig. Denn er kann keine eigene Photosynthese betreiben. Ihm fehlt das Chlorophyll. Deswegen muss die ganze Unterlage die Photosyntheseleistung erbringen. Heißt, wenn das Ding oben, der Erdbeer-Kaktus, oben größer wird und mehr Futter braucht und mehr Assimilate braucht, dann entsteht ein Ungleichgewicht und es kann auch dazu kommen, dass die Unterlage abstirbt bzw. einfach das Ding oben zu schwer wird und das Ding insgesamt umknickt und abstirbt. Soweit ich mich erinnere, ist das in meiner Kindheit des Öfteren passiert. Ich habe das eigentlich gut gepflegt, aber das ist halt immer mal wieder umgeknickt. Nichtsdestotrotz sind diese Pflanzen sehr günstig. So kosten bei Dena drei Stück im 5,5 cm Topf 13 Euro, bei Thum eine Pflanze im 6 cm Topf 5 Euro. Also ist auch was Schönes eigentlich für Kinder, die ein bisschen affin sind, für Gartenbau oder Pflanzen, einfach mal das Ding hinstellen und dann auch mit denen beobachten, wie lang denn so ein Kaktus überleben kann in so einer Form, wenn man es ihnen erklärt. Wie schon gesagt, ich finde diese Entscheidung ein bisschen seltsam. Ja, der Erdbeer-Kaktus ist sehr beliebt, aber halt auch wahnsinnig kurzlebig im Vergleich zu anderen Kakteen. Und es ist halt fast so, wenn man es im Vergleich zu anderen Kakteen sieht, fast so ein Wegwerf-Kaktus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie schon gesagt, nächstes Jahr, im Jahr 2024, gibt es auch den Kaktus des Jahres, dann im Frühjahr. und wir schauen uns das auch an. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Hau zu rei, wir sehen uns. Macht es gut, macht es besser. Tschüssi! Hau zu rei, wir sehen uns. Hau zu rei, wir sehen uns. Tschüssi! Hau zu rei, wir sehen uns. Tschüssi! 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 Vielen Dank.